Der Breitbandausbau ist ja in aller Munde. Jetzt wurde ein höchst innovatives Verlegeverfahren von Glasfaserkabeln von der Ibstaler Firma Nanotrench perfektioniert. Jan und Alois Pichler präsentierten ihr neues Verfahren den Medien und interessierten Politikern. Mit dieser Technik werden eine bis zu 20 cm tiefe Fuge in den Asphalt geschnitten, gleichzeitig die Huckelpack mitgebrachten Kabeln verlegt und mit derselben Maschine auch danach wieder mit einem hochwertigen Epoxidharz verklebt. Mit dieser speziellen Stufenschnittmethode ist gewährleistet, dass die Rohre im Asphalt vom Schwerverkehr nicht zerdrückt werden. Tiefe der Fräsung ist ausreichend, auch für spätere Straßensanierungen an der Oberfläche. Mit diesem Verfahren können die Verlegungsarbeiten bis zu zwei Drittel Kosten einsparen. Was übrig bleibt am Ende ist nur die mittlerweile berühmte Nanospalte.